Und jetzt? Deine Tochter hat den Flamigus den Katerpullover geklebt, Geist! Willkommen unter der Erde. Wir sind unter dem Lägeis, nicht wahr? Scheinst du, ja? Schau, das ist der Grund des Tempels. Atmet hier irgendwas? Wir sind langer Weg. Was jetzt, ich frage mich? Was jetzt? Was jetzt? Du, 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 du? Ich meine, kannst du nicht ein bisschen mehr Verantwortung? Wir sind alle auf dich, du, du? Ein Lektor? Nein, nein, nein. Ein Einführung. Ach, er ist doch wie der Vater, den du nie hattest. Mein Junge. Geht ihr nicht? Ach, der verliebt sich doch noch in Rico, oder? Entschuldigung, fährt mir etwas schwer mit Corona. Was hat denn jetzt Corona damit zu tun? Ich bin sicher, Yuni ist okay, sie ist gut, sie ist gut und alles. Wie sind Lulu und Wacca? Hm, Wacca ist in Schock, ich kann sie auch nicht schuldigen. Ja. Dieses Geruckel in den Port. Du hast wen Atmen hören? Ich hab wen Atmen hören, ja. Keimari, du denkst, Riku sollte Riku bleiben. Huh? Hey! Du sagst, ich werde nie wie Lulu sein? Keimari! Hahaha! Wie kannst du so schreien, in einem Moment wie dieser? Uh... Yuna? Hä? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich wollte, mich zu Meister Seymour über seinen Vater zu erinnern, Lord Giskol. Ich wollte, ihn zu erinnern, um sich zu erinnern, um Yevon's Verhältnis zu erinnern. In exchange für mir? Ja, wenn es das so ging. Also, was hat Seymour gesagt? Er hat nichts gesagt. Jetzt... Jetzt... Ich glaube nicht, dass es wert ist. Ich sollte dir sagen, was ich werde machen. Enough! Enough of this! Die Geschichte in der Vergangenheit ist futile. Hey! Du musst es nicht sagen so. 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 Du musst es sagen so. Unsere Frage in der Vergangenheit ist Yuna. Du kannst es weitergehen? Du kannst es weitergehen? Aber dann... Du denkst, dass Yevon es wird? Die Hoffnung sind diejenigen, die die Macht an den Geistern. Nicht die Tempel oder die Geistern. Wenn die Tempel versuchen, uns zu verhindern. Dann werden wir gegen Yevon, wenn wir müssen. Wow! Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Was? Herr Oren? Äh, weil die unterm See sind. Das ist kalt. Das sind Brüste. Das sind Brüste. Was ist das? Ich bin der Troublemaker. Nach allem. Was ist das mit dem Spiel los? Ja, das ist richtig. Juna. Du kannst immer auf Oren, um Dinge zu komplizieren. Ja. Juna ist unsichtbar. Ja. Kimari riecht und Oren riecht weg. Und... Ich habe nie gefragt, dass du mich folgen hast. Hey! Aber das ist, was Freunde dafür sind. Genau? Ja. Ja. Da ist sie wieder weg. Danke. Hä? Da ist sie wieder. Freunde, oder? Äh. Da waren sie wieder weg. Äh. Äh. Man, wie kannst du alle acten, wie nichts falsch ist. Du musst nervös sein, um Stuhl oder was. Du bist zu niedrig. Hör auf den Hymn und schau dich. Ist das vom Tempel gekommen? Ja. Das ist Yevans Gift. Es schützt die Hörer des Vertrauens. Mhm. Wenn du das sagst. Sag, du fühlst etwas weirrt im Hör. Etwas kinder schlechter Vibes oder was. Ich dachte so. Schon ein bisschen. Rächer. Was im Dreiteufels Namen ist denn Rächer? Konter. Aber nur Konter. Ja. Ja. Auch in der Stimmlage. Ja. Over and over. Haha. Aber nicht so gut. Das ist sicher. Ein weiterer Trait, die du verhältst. Was? Du hörst? Egal. Can't I get a little privacy? Your singing reminded me of Spira. Oh, right. You're- not originally from Zanarkin. Are you? Wie geht's der Kossik? Naja, aber was wartet denn, wenn es dann erkennt auf dich? Die unsichtbare Juna. Wieso wundert mich das jetzt nicht? Ich dachte so. Ich habe ihn verraten. Sinn war der Link zwischen Zanarkand und Spira. Sinn! Die Toxin! Schau! Es war dann, dass ich wusste, dass Sinn wirklich mein alter Mann war. Für das erste Mal konnte ich es endlich zu glauben. Warum? Warum plötzlich jetzt? Ach so! Was ist denn diese Zeit? Flashbacks. Zanarkand. Zanarkand. Ha! Ja. Und du bist auch zu Hause? Schau! Oh, bitte lass mich nicht nochmal Blitzball spielen! Bitte nicht! Ich kann das immer noch nicht. Ich kann das immer noch nicht. Das ist nicht dein Welt. Ich weiß. Ich weiß. Du willst das Ende. Find einen Weg. Ich promise. Thomas. Na ja. Ist nur aus purem Design. Wo sind wir denn jetzt? Ende. Okay. Okay. Hier wird alles gut. Das ist nochmal ein Problem. Er... Gotcha. Wie? Was das? Wo sind wir jetzt nicht alles gut? Wo bin ich denn? Ich entschuldige dir diese Zeit. Sei gut für einen Moment, ok? Montesaurus. Okay, Hauptsache Auron. Gut, dass wir trotzdem treffen, ne? Yes, Ludo ist da. Das ist Powerhouse Lulu. Blitz, Foul, vielleicht ein Witz. 1100, boah. Feuer. Macht alles gleich viel Schaden. Nice. Eisrach. Auch genauer Featuren. Oh, er landet. Ist das gut oder schlecht? Ha! Leider konnten wir nichts klauen oder so. Das ist die Kiste. Da ist schon mal der eine. Waka! Hm. 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 Du allein? Mhm. Wo ist Yuna? Das werden wir rausfinden. Das werden wir rausfinden. Das werden wir rausfinden. Das werden wir rausfinden. Erst habe ich Yuna verloren. Dann bin ich durch Machina. Ein tolles Tag, den ich habe. Hm. Hm. Was haben wir hier Feines? Erste Hilfekasten. Dieser Erste Hilfekasten wurde von den Albed installiert, um Notfälle in der Wüste vorzubeugen. Äh. Äh. Notfälle in der Wüste. Ziemach gar. Nope. Weiter machen. Äh. Wir... müssen... Nein. Da hin. 200 HP Thron Das macht wieder Abwehr Leben, glaube ich, ist das eine, ne? Mit Zauberabwehr Und Reflex Bär, Angriff und Leben Oh, ein Kaktus Relax, take it easy Hm 33 Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon Chaktoren immer mit Magie Aber gerade hat Magie weniger Schaden gemacht als das Schwert Okay, Mari Juna gone Juna gone Wir finden die schon Keine Sorge Wir finden Juna Also Muschu Fushu Da was? Ein Muschu Fushu Lass mich raten Eis findet ihr nicht gut Wen wundert's Naja, keine neue Fähigkeit Ja, du bist der Größte Äh, wir sind jetzt aber echt aus der Eishöhle in die Wüste gekommen Globaler Wärmung macht's wirklich Wuhh 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 Einmal schön Ability Punkte sammeln. 6 Abilities Theroiden. Nice. Das ist Riku. E-Rotter. Blitz finden die nicht gut. Nummer eins. Da rechts ist ne Kiste. Oh, hey guys, where's Uni? Gone. Gone. Some guardian I am. Um, there's something I want to tell you, but promise not to say anything? Nani? 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 I know where we are. We are on Biconel Island. There's a place as Albed call home near here. Uni's there. I'm sure of it. Other Albed must have come and rescued her. Nani? Rescued? You being kidnapped? What does it matter as long as she's safe? That's right. Anyway, I will take you there, if you promise that you won't tell anyone about it. Especially not Yevonites, okay? They know they don't like us Albed. Who knows what they'll do if they knew? Give me a break. What are you accusing Yevon of this time? Yevon did something really bad to us before. Well, you Albed must have deserved it. No, Waka, halt doch einfach die Klappe. Can't you guys talk about this later? Just promise you won't tell anyone about this island. Promise? Waka, come on! Alright, I promise. Lead the way. You got it. You got it. So, Tu 1. 2. 2. Sprecherpunkt. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 1. 1. 2. Kannst du das? Oh! Interessant. One-Hit-Kill. Oh! Die Schneue, ne? Klammer beim Großen. Keine Portion. Nett. Tausend. Tausendzweihundert. Und Slump. Nett. Aua! Oren. So be it. 666. Ja! Auch eine gute Zahl. Da liegt der Eiffelturm. Lag da gerade der Eiffelturm an der Seite? Sah AXO aus. Ähm. Gut, dann geh ich erstmal hier lang. Wenn du da lang sagst, gehst du erstmal hier lang. Lauf es mir! Lauf es mir! Lauf es mir! Auf Wiedersehen. Nein. Kein Zeit, zu wasten. Los geht's! Dafür hat sich das gelohnt. Hoffentlich. Ach, okay. Okay. No problem. Ha! Oh, yeah! Oh. Bang! Das Ding macht Schaden. Junge, Junge, Junge. Zack. Hä? Wir rocken! Was macht eigentlich die... Kann sie gar nicht benutzen. Die Medizin von denen. Die Medizin von denen. Die Medizin von existence ist gut. ... Die Medizin von dem Modell. Frau, lächst du wash. Die Medizin von der совсем nicht estão. würde mich auch wundern wenn das klappt ganz ehrlich der hat eine hellebarde und selbst damit trifft er nicht feuerwachen werden hier wahrscheinlich nicht reich hier ist einfach nur ein grafikfehler immer schon alles erkunden hier ah fuck falsche gegner ist zwar auch tot aber war der falsche gegner auf jeden fall alles wieder ein bisschen erfahrung können wir auch gebrauchen da liegt eine kiste das ist ein speicherpunkt los kleines fiel die wüste zu erkunden die wird noch ein bisschen aufwendiger hier gibt es keine karte was war die 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 auch für high portion und die noch weg kampfgeist wenn ich da auch so die controller sticks drehen muss wie so ein ochse dann wird es nicht besser ich bin am verdammten speicher auch bauen wir einmal das viel mit eis weg es trifft am besten wirklich riku eigentlich riku tidos 66 ich mag die zahlen erst mal heilen bitte aber wir sind ja genau am speicher wir sind auf der insel gelandet wo ihr volk lebt ja wo die albert ihre geheimbasis haben achtung monster wahrscheinlich nach rechts zu den einfachen monstern nach links zu den starken monstern vermutlich vermutlich aber ich würde tatsächlich sagen wir gehen erst mal ins dorp wie viele stunden spielzeit das spiel das ist eine gute frage und klauen immer schön die hand das ist ein buch ein m ist ein das ist ein schriftzeichen und hundertprozentig 40 stunden fennecke schredde back heim keine ahnung was das heißen soll roter fein heißt doch hingehen immer schön die abiligte bald abiligte bald no time to waste let's go well let's go oh schade jetzt jetzt gefeiert aua aua und tschüss wenn der knapp was noch mal der muss gerade wieder die steuerung rausfinden miss me das wird immer noch und was war tausend das war verdammt viel du magst du das? gut, äh Appellities ähm oh stimmt, unsere Heilerin ist ja gerade gar nicht dabei, ne die ist ja gar nicht da da ist wieder so ein Kaktus Riku ist zurück HAWAAAAA hawaaa hier holen wir uns das level medizin die brauchen wir auf jeden fall später jenseits des sturms sehe ich eine ebene auf dem stein ist eine abbildung des monsters jeder kann ich hier gar nicht runter gehen offensichtlich ein kaktor ja ein kaktor oh war das ist eine gute frage ich habe keine ahnung und gut super die metze gelernt und marki marie das wäre wenn wir von ihm was lernen aufhalten durch erschütterung ich wollte das da drunter haben bitte vermute mal blitz anstauen klingt eklig eine mit streifer eurer wenn ich den schlaf versetzen offensichtlich nicht kass für im übrigen da fällt mir gerade ein ich kann mich auch hier hinsetzen dann störe ich weniger im bild elementy Elemente. Ich liebe diese Angriffe. Oh je. Oh, das war okay. Das war okay. So, du nimmst mal ein Item. High Potion für Lulu. Ich muss noch verlangsamen. Ah, danke. Okay. Was war das zu Eisrach? Das interessiert es genauso viel wie die anderen Sachen. Da noch Auron. Tick. Kraftbrecher. Oh, dann ist gleich viel Schaden. So, Rico. Rico braucht vor allen Dingen... Rauchbombe, okay. Huh. Rico braucht vor allen Dingen... Äh, Erfahrung. Wie ist er die Schwächste aktuell von uns? Hm. 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 Ja, mach nicht so viel Schaden. Ja. Mach nicht so viel Schaden. Das ist okay. Die Mari hält am meisten aus. So, einmal Waka. Nicht anpeilen. Ability. Ja. Wieder was angreifen. Und das einmal blind machen. Wobei, ich glaube, das ist blind, oder? 977. Vielleicht haben wir es. Dafür holen wir noch mal Tidus. Den Hauptcharakter natürlich. Nice, nice, nice. Blind reif. Also eigentlich können wir, sobald wir Keine Ahnung. Sobald wir in der Stadt waren, können wir auch mal levelen. Oh, das geht auch in einem Schlag. Nice. Nice. Nein. Nein, check. Ability. Spheroiden brauchen wir, glaube ich, ganz, ganz viele. Er ist Kindes. Ja, Ruf. Schön, schnell. Im Dank. Ja, Ruf. In Fer Series ist Ahnung. Die Kiste öffnen. Volle Ahnung. Äh, Moment, Moment, Moment. Feuer findet das Ding so. Ähm... 1.000.000 ist erstmal eine Menge. Schauen wir mal. Ein Heimittel. Ähm... Wir blinden den Gegner mal. Es ist die Wuhne dagegen. Das ist auch ein komischer Eingriff. Die Wuhne gegen Kaffee, ne? Fast 2.000. Der schmeißt einfach selber den Ball in den Kopf. Das geht schnell. Immer schön auf Waka. Der kann das. Der hält das auf. Der geht. wir machen wasserschaden das heißt das heißt ich werde ihn nicht angreifen lulu ist schon waifu material ne lulu ist waifu material lohnt sich das denn? die gesamte hp und mp der gruppe okay das ist sehr teuer glaube ich alle guten dinge sind zwei okay das lohnt sich nicht spontanity heap oh um Um Fun food Tidus, einmal Weißmagie, fast, auch Lulu. Eigentlich ist Lulu unsere Schadensproduziererin, ganz bespielt jetzt. Wie das? Das ging gar nicht. Wie geil das gerade riecht, hab die Zwiebeln im Chickenpferd gerade am Braten. Also gebratene Zwiebeln, gebratener Knoblauch, es gibt kaum, oder wenn du so ein Fleisch auf die Pfanne wirfst und das gerade die Röste rumkriegt, es gibt kaum einen besseren Geruch. Da gebe ich dir recht. Eis dich mal zusammen, Tidus. Also wirklich. Oh ja, scheiße, wir machen ja Wasserschaden. Knoblauch gleich bester Bratow. Ja, ich glaube, das ist aber individuell, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Ich glaube, das war's. Wäre nicht mehr. Ja. Sobald wir in der Stadt sind, können wir leveln. Teleport-Zwiebeln. Teleport-Zwiebeln. Erstmal... Was ist denn der Teleport-Zwiebeln? Springt auf ein von Mitstreitern freigesetztes Feld. Wahrscheinlich meinen die damit im, äh, Sphärobrett, ne? Wäre jetzt meine Vermutung. Okay. Der Sandsturm versperrt den Weg. Komm schon! Rücken. Klauen. Und kaputt. Kaputt. Hätte mich auch gewundert, wenn es das überlebt. So, Waka, du holst uns wieder eine Ability Orb. Oh. Wup. See ya! Ach. Ich hätte ohnehin eins davon besiegen müssen. Basteln. Handkanade. Rücken. Und... Uuu. Mh— аци. Tch... Kann das nur auf... Ah, das ist dann für alle. Okay, das möchte ich für dich haben. Ah. Er darf gleich gehen. So, du haust da mal zu, weil wir brauchen die Punkte bei ihr. Oh. Gesam. Dann, äh, Angriff. Die Mari kann auch ein bisschen Punkte brauchen. Los MP werden auch knapper. Macht nicht unbedingt mehr Schein, als ein direkter Angriff. Oh, wie süß. Das ist fast süß. Ja, an sich einfach noch angreifen. Ich kann ihm keine Fähigkeit klauen, glaube ich. Also, Lulu kann sich auf jeden Fall nicht selber so einfach töten. Unheil. Ach, mit aller Gegner. Okay, auf einmal kriege ich es nicht hin. Ein Angriff. Dann hole ich nochmal Waka. Waka kann einfach nochmal Ability drauf machen. Was ich lieber eintöpfe, sei es Dinsen oder Bohnen oder sonst was. Einfach alles reinklatschen, das schmeckt meist. Okay, ich bin auch kein Superkoch. Ja, mit Eintöpfen kriegst du für mich persönlich das nicht, ne? Also, ich mag, also, ich mag keine Eintöpfe. Ich esse Eintöpfe und ich esse auch Suppen. Aber es ist nicht mein Favorit. Ist immer so eine Vorspeisen-Feeling für mich. Aber ich bin da auch was komisch. Ja. Riku! Riku!